Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video richten wir UPS als Logistiker in JTL-Wawi ein. Damit können wir bequem über die JTL-Shipping-Schnittstelle die Adressen direkt an UPS übergeben und drucken so unsere Versandetiketten ohne Verzögerung im Versandprozess. Außerdem werden automatisch die Tracking-IDs in JTL-Wawi eingetragen und an die entsprechenden Verkaufsplattformen wie eBay und Amazon übertragen. Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten. Als erstes werden wir unser UPS-Konto direkt in JTL-Wawi eintragen. Dafür müssen wir online unter meinUPS eine Kundennummer und einen API-Token erhalten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei UPS. Nachdem wir das Konto eingetragen haben, werden wir das Konto mit einer Versandart verknüpfen, sodass immer wenn mit dieser Versandart ausgeliefert wird, als Logistiker UPS verwendet wird. Zum Schluss werden wir noch auf die Druckereinstellungen eingehen. Wir beginnen die Einrichtung unter Versand JTL-Shipping. Es öffnet sich eine Übersicht der eingerichteten Logistiker. Standardmäßig liefern wir schon einige Testaccounts mit aus. Falls Sie mal Druckeinstellungen testen möchten, können Sie jederzeit einen unserer Testaccounts benutzen. Wir richten jetzt aber unseren produktiven UPS-Account ein. Dafür klicken wir auf Konto hinzufügen. Wir vergeben zunächst einen Namen. Als nächstes wählen wir im Dropdown die Versandschnittstelle, mit der wir arbeiten, in unserem Fall also UPS. Dann tragen wir den Benutzernamen und das Passwort von unserem UPS-Konto in die entsprechenden Felder ein. Da wir das Konto für das Erstellen von Versandetiketten und Tracking-IDs verwenden möchten, lassen wir die Einstellung im Dropdown vorausgewählt. Als nächstes tragen wir die Kundennummer sowie den API-Token in die entsprechenden Felder ein. Beides erhalten Sie in Ihrem Online-Account von UPS. Unter Absender können wir auswählen, ob wir unsere Firmenadresse, unsere Lageradresse oder eine eigene Absenderadresse benutzen möchten. In unserem Fall nutzen wir unsere Firmenadresse. Dann klicken wir auf Speichern und damit ist die Einrichtung des UPS-Kontos abgeschlossen. Als nächstes verknüpfen wir das UPS-Konto mit einer Versandart von JTL-Wawi. Dafür wechseln wir zu Versand, Versandarten. Hier legen wir eine neue Versandart an und vergeben Namen und Preis. Dann tragen wir den Tracking-Link ein. Den genauen Aufbau des Tracking-Links finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Jetzt machen wir die Verknüpfung mit UPS. Dafür öffnen wir das Dropdown bei Versanddaten-Export und wählen Export mithilfe von JTL-Shipping. Im Dropdown darunter wählen wir Export mit UPS. Jetzt steht uns der Button Export mit UPS zur Verfügung, auf den wir klicken. Nun öffnet sich das Fenster zur Verknüpfung von UPS an diese Versandart. Als erstes wählen wir das UPS-Benutzerkonto aus, das wir benutzen möchten. Dafür wählen wir im Dropdown das UPS-Konto aus, das wir ganz am Anfang eingerichtet haben. Unter Versandart müssen wir auswählen, mit welcher UPS-Versandart wir unsere JTL-Wawi-Versandart verknüpfen. Wir wählen hier Standard. Mit der Checkbox Kundendaten nicht übermitteln sorgen wir dafür, dass datenschutzsensitive Daten nicht an UPS übertragen werden. Wir müssen an UPS ein Gewicht übergeben. Wir können hier entweder immer ein Standardgewicht übergeben oder aber wir lassen das Gewicht von JTL-Wawi berechnen. Damit das funktioniert, müssen natürlich die korrekten Artikelgewichte gepflegt werden. UPS erwartet immer ein Mindestgewicht für jedes Paket. Wir tragen hier das Mindestgewicht ein. Das bedeutet, dass wenn ein Paket laut automatischer Berechnung weniger als 0,1 kg wiegen würde, stattdessen 0,1 kg übergeben wird, damit das Paket ausgeliefert werden kann. Damit haben wir alle Einstellungen getroffen, um Versandetiketten mit UPS zu erzeugen und wir speichern unsere Einstellungen mit einem Klick auf OK. Dann schließen wir die Versandart und die Übersicht der Versandarten. Damit haben wir die Verknüpfung zwischen der Versandart UPS-Paket und dem Logistiker UPS erfolgreich hergestellt und immer wenn wir einen Auftrag mit der Versandart ausliefern, verwenden wir die UPS-Schnittstelle. Als nächstes richten wir noch den Drucker ein, damit bei der Auslieferung mit UPS die Etiketten aus dem korrekten Drucker kommen. Dafür klicken wir auf Start, Drucker. In der jetzt geöffneten Druckerverwaltung wechseln wir in den Reiter JTL Shipping. Hier markieren wir jetzt UPS und wählen im Dropdown den Drucker aus, mit dem wir die Versandetiketten ausdrucken möchten. Unter Skalierung lassen wir die Einstellung an Druckerrand anpassen voreingestellt. Bitte beachten Sie, dass andere Einstellungen bezüglich des Drucks, also Papierformat, nicht bedruckbarer Rand sowie die Grauabstufung ausschließlich über den Druckertreiber und nicht via JTL Software gesteuert werden. Mit einem Klick auf OK speichern wir die Druckereinstellungen. Mit der Einrichtung sind wir jetzt fertig. Damit die Schnittstelle aber korrekt genutzt wird, müssen beim Versandprozess ein paar Dinge beachtet werden. Wenn wir mit der verknüpften Versandart ausliefern, lassen wir uns die erweiterten Optionen anzeigen. Nähere Informationen zum Auslieferungsprozess erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. In den erweiterten Optionen wechseln wir in den Reiter Versand. Hier stellen wir sicher, dass die Checkbox bei Versanddaten exportieren gesetzt ist. Außerdem darf die Checkbox bei Versanddatum für alle Pakete setzen nicht aktiv sein. Wir wollen das Datum vom Logistiker über die Schnittstelle eintragen lassen und nicht selber setzen. Die Etikettenausgabe muss auf Nein stehen. Wir möchten zwar ein Versandlabel drucken, aber das Label soll nicht von der JTL-Wawi-Vorlagenverwaltung, sondern über die Schnittstelle abgeholt werden. Nur wenn diese drei Einstellungen wie hier abgebildet gesetzt sind, werden die Versanddaten mit dem Logistiker abgeglichen und die Versandlabel gedruckt. Damit ist die Einrichtung von UPS an JTL-Shipping abgeschlossen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.